so hier ist nun mein naja ich denke mal das ist jetzt das letzte mal dass ich hier hand angelegt habe das ist immer noch nicht super optimal aber mir gefällt eigentlich ganz gut und ja viel besser kriegt man es einfach händisch selbst ja mit selbst mit eigenen mitteln nicht wirklich hin funktionieren natürlich immer noch ganz normal wie vorher auch ist ja quasi nur die front jetzt beschriftet naja das ist schon okay denke ich jetzt weiß ich auch wo der startknopf ist naja damit kann ich leben machen wir mal andere geschwindigkeit achso dann muss ich mal runter nehmen hoch funktionen sind auf jeden fall alle da gut repeat geht aber nur dann machen wir mal ein step ok das soll es gewesen sein stop ja dann habe ich aus meiner sicht erst mal abgeschlossen das projekt wie gesagt ich bin ganz zufrieden und bis demnächst mal wieder ja 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 ich ja ja ja